Für welche Reellen X gilt Sinus X gleich 1,5 Wurzel 2? Nun, bei dieser Aufgabe müssen wir zunächst mal das X1 berechnen. Das ist das, was wir mit dem Taschenrechner rauskriegen als Arcus Sinus oder Sinus hoch minus 1 von 1,5 Wurzel 2. Das tippen wir in den Taschenrechner ein und dann erhalten wir für das X1 Pi Viertel. Pi Viertel entspricht einem Geometriewinkel von 45 Grad. Aber dadurch, dass hier X steht, müssen wir bitte hier ins Kogenmaß gehen, nicht ins Gradmaß. So, jetzt haben wir diese Formel, das heißt, unser X2 ist also dann Pi minus X1, also Pi minus Pi Viertel, also 3 Pi Viertel. Und jetzt können wir die Gesamtlösungsmenge angeben. Lösungsmenge ist die Menge aller X, die real ist. Für die Giertel X ist gleich Pi Viertel, das ist das X1. Dann ist der Sinus ja 2 Pi periodisch, also plus 2 K Pi. Oder X gleich, jetzt nennen wir das X2, das 3 Pi Viertel. 3 Pi Viertel plus 2 K Pi für alle K, die ganz zahlig sind.